Hi und herzlich willkommen zu Shadow of the Colossus Part 2. Ich hatte das letzte Mal leider technische Probleme. Ich habe jetzt einfach die Codierung so gemacht, wie ich es immer beim Stream habe und bla bla bla. Ja, tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es hat nicht so gestört. Es hat mich auch immer aufgeregt. Ja, wir sind noch bei Shadow beim ersten Colossus. Ich bin jetzt gerade runtergefallen. Also wundert euch nicht. So. Bam. Zack. 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 Gut. Ich hoffe, es gibt keine technischen Probleme mehr. Oh ja, jetzt hätte ich es. Jetzt hätte ich es. Scheiße, ich habe aber keine Kraft mehr. Wie geht denn das bitte? Oh, soll ich irgendwie schon versuchen? Hä? Ich kann ja check das nicht. Ich glaube, ich habe früher immer versucht, auf das Bein zu kommen, aber es geht doch besser, wenn ich hier drauf springe, nicht? Ja. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich gucke mal auf den Arsch von ihm. Scheiße. Ich muss aber runterspringen, weil ich muss meine Kraft aufladen. Oh, au, 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 au. Aus, 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 aus. Aus, 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 aus. Das ist scheiße. Was soll ich vor... Ich bin schlagen, dann habe ich auch schon verloren. Es stirbt. Komm. Lass ich jetzt noch auf, oder nicht mehr? Ja. Was machst du? Ich bin schon besser auf. Okay. Ich beschreibe es erstmal nicht, wo ich gerade bin. Scheiße. Oh mein Gott. oh mein gott tut mir leid war nicht geplant okay nicht dass jetzt jemand sagt ach man denn ist sowas falle ich jetzt endlich mal siehst du das ich war da oben warum könnte leider der arzt nicht mehr aus fell halt dich doch also halt dich aber fest man mann eh ich habe mich jetzt kurz auf und versuche was anderes red ich weiß dass es so geht wow machen kopf schnuss kopf sprung ich habe mir wehgetan irgendwann muss doch die wunde so richtig groß sein dass sie kann man nicht mal darauf oh mein gott ich bin oben yes nur jetzt da oben halten ja ich wusste es dass ich die umsatz falsch gemacht habe komm jetzt nicht auf die dinge da doch jetzt bist du oben doch jetzt bist du oben stecken wir mal ein schwert hier rein bam bam ich erwischt mich genau das ist kein schaden komm bin ich echt so blöd jetzt warte mal jetzt warte mal ja boah ich würde mal sagen es gut ist schwarz weil es sicherlich sein dürfte so ich dachte ich muss drei viermal darauf yes yes den ersten koloss ja 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 ich würde dann sagen wir mal ich habe nicht mehr Und da habe ich mit meinem Ding durchgezockt. Ein Defieded. Heißt Defieded tot, oder? Oder eingetötet, ein Monster. Jetzt sind wir zurück, oder wir sehen, was passiert, wenn wir einen Kolossen töten. Oh nein, wir sind hier wieder. Ja. Und jetzt bin ich mit dem Niemals. Ich bin mit dem Niemals. Oh nein, ich bin mit dem Niemals. Ich bin mit dem Niemals. Ich bin mit dem Niemals. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wo ich jetzt diese Tast hingedan haben mit dem Schwert ich hab's ja geändert alles das ist echt kein Schimmer, wo ich das hingedan habe warte mal ich hab euch Action-Lass, Action-Lass sein lassen, oder? Nein, jetzt mal verdrück' mich hier so Action-Lass sein Kreis ich hab das...häh? das ist wieder gleich...nein ich hab doch das Kreis gelassen, das mit den Dreieck und so so da muss ich mein Schwert rausholen ja da diese Richtung gleich okay du 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 wenigstens hab ich ein Kolossen schon erlebt zwei Bate, aber der erste Bate war viel in Zwischensequenzen da vorbeim Tempel ich mein, das muss große Liebe oder echte Schwester sein damit du sowas machst oder vierzfünfzig Kolosse töten fünfzig...fünfzig...fünfzig...fünfzigmal in Gefahr gegeben wir werden jetzt einfach mal in diese Richtung ich finde es ja cool wie sie es dazu mal mit den, mit den Haaren gemacht haben dass ich, dass sie das jetzt schon...also ich ne so die Brücke drüber ich muss über die Brücke drüber ich muss über die Brücke drüber dass sie das dazu mal schon so gemacht haben mit den, mit den Sequenzen dann mit den Haaren und so und mit dem Wegwill... also dass auch mit dem Mandeln da sind aber dazwischen, sie kannst das wirklich cool, nicht? also, weil sie da eingewickelt gehabt hat dass so cool wegging das meine ich ja, das Spiel hat sich schon mir gegeben wie es für die heutigen Maßstäbe für 2005 das muss ich mir vorstellen richtig gut zehn Jahre, das Spiel schon, aber ich bin echt gut gemacht ich muss mich nicht lassen ich muss mich nicht lassen ich muss mich nicht lassen nicht ich muss mich jetzt mal in den Kreis gehen wie ich das so hinkriege wie der in den Testen-Sequenzen ein bisschen Trappen können wir schon scheiße fail voll vorbei warte mal, ich könnte ja so machen ich könnte, absteigen und dann erst rufen ich erst rufe, weiß ich auch selber nicht aber wurscht Schau mal den schwallen Weg an hier Agro so heißt es genau es kann das Game of Thrones Name von Hidokratis sein Uhhh Agro ich glaube das heißt sogar eine Agro nicht davon von von Drogo ein Blutreiter ich glaube schon wie gesell ich den Weg sonst anders gehen hier Agro Agro ich bin der Held Falkis heißt das das haben sie so gemacht für mich ich hab da angerufen hab gesagt du bist das du bist da du kleines Falkis genannt an die Gern hey falk mir mein Pferd überhaupt Was ist denn bei dem Pferd? Ah! Ah! Das ist dran auf Bild rum. Ich hoffe ich sterbe nicht. Aber hey, der kleine Junge, der hat's aus, ne? Der wartet mal. Wenn ich hier stehe, dann ruf ich ihn. Komm her mal. Biss nämlich ganz aggro das Pferd. Hihihi, der war lustig, Denise. Ich merke, dass er erst dann ein Mr. Witz war, als ich ihn gesagt hab. Nein! Ich geh echt da so hin? Ich hab keinen anderen Weg zur Brücke. Jetzt komm rauf. Komm, geh. Oh, darf man Pferd hier nicht gehen. Oh, muss ich echt selber bestreiten? Nee, oder? Nee, oder? Ich geh sicher irgendwie den falschen Weg. Jetzt wartet mal. Jetzt muss ich mal da rausgehen. Ich geh... Ich geh... Ich geh... Ich hab irgendwo... Warum hab ich das Gefühl, dass ich falsch gehe? Aber sie... Soll ich anders zur Brücke gehen? Dann hab ich hier irgendwas im Saal vergessen. Vielleicht brauch ich Licht. Ich kann das jetzt hier mal probieren. Vielleicht hab ich hier irgendwas vergessen in dem Saal, wer weiß. Das ist mir auch schon mal passiert in den Spielen, wo ich was vergessen habe. In der Sequenz, dann rennt die ganze Zeit rum rum. Das ist meistens, wenn du das Spiel schon kennst. Boah. Das ist der scheiß Brücke. Aber ich kann mit dem Pferd nicht über die Brücke gehen. Das ist ja scheiße. Das ist ja kacke, wenn man mit dem Pferd nicht über die Brücke gehen kann. Das ist auch ein großes Pferd, ne? Das ist ein dickes Pferd. Toll, dann gehen wir mal nach hinten rein. Waaah. Ich fahr doch da schon mit 2. Verlassen, aber weiter mit dem Pferd da. Verdammt. 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 Lass mich mal schauen, Leute. Nein, schaut. Ich wusste es doch. Ich wusste es nicht lieber. Ich wusste, ich wusste, ich wusste das. die will. Ich wusste schon, kann ich nicht hinzuschauen. Ach, innov ein. Wahrheit! Wir asynchroniken manchmal auch nachά陷 oberlegen. Ja, wir fallen da California. Sondern sagen wir reiten mal da hinten rüber. Und dann schauen wir weiter, wenn wir müssen. Das ist der Wege hier. Okay, in die Richtung. Jetzt mal eine Burge machen. Ich glaub, dass das meine Freundin ist, weil... Okay, Schwesterliebe geht auch über... Schwesterliebe. Geht auch über... Über, wie heißt das denn? Über Steine, über Wege. Okay, stimmt auch nicht. Okay, in this right. Ich will eben das Ferdinand jetzt groß gemacht. Aber es war halt... Sie wollten das alles sehr extrem realistisch machen. Entwickler. Kann auch sowas mal mal passieren. Hä? Hier? Darunter? Ich glaub, dass es über den Sandhügel ist. Über diese Brücke sind wir da gekommen. Aí. Hier sieht es einfach. Dann Ikea, den Weg... da unten ist auch was da unten ist auch was ja, gut, wie kann ich nur da da hinten kann ich runter ach so, ich muss da runter ja, da soll man auch drauf kommen, wenn man runter muss das wusste ich nicht, dass tut mir der leid so genau ja perfetto oh willst du mich schon mal verlassen? nee ja 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 ist ja still das macht mir hallo? ist hier jemand? mal schwer draus das ist ein licht scheiße stimmt und das haben sie aber gut gemacht hier ich weiß nicht wohin und du hast kein Licht hier ausgeklügelt hier ja das ist ganz falsch das ist ganz falsch das ist ganz falsch ja das ist ganz falsch ja das ist ganz falsch ja das ist ganz falsch Okay. Ich muss schauen, wie ich raufkomme. Ich glaube, da kann ich so klettern. Ich darf so ein Fell. Ich kann ja so ein Fell probieren. Auf den linken Armen. Aber auf den rechten. Okay. Ah, Kamera. Nein, Pferdchen. Lass mich doch nicht hier einfach mit ihm alleine. Siehst du, wir interessieren ihn gar nicht. Scheiße, ich weiß nicht wieder, wie ich auf das Schatzpferd komme. Oh, da steht er jetzt. Oh. Das hat gesehen, da unten. Das ist da unten. Fuck. Das ist zu langsam. Warte mal. Haffne weg. Okay, er geht jetzt mal. Und da wische ich ihn an. Au. Okay, dass das jetzt funktioniert, dachte ich mir jetzt echt nicht. Ich weiß nicht, wohin. Fuck, ich weiß noch nicht mehr hin. Geh weg. Pferdchen. Das Feld kann ja auch hier fallen. Fällt immer da, wo ich ihn erwische. Vielleicht muss ich ihn dann vorderfuß mal erwischen. Oder wartet, da. Ja. Komm. Ja. Ganz ruhig hier. Pst. Ganz ruhig. Nicht schütteln, bitte nicht schütteln. Ich muss sie irgendwie schaffen, dass ich hier irgendwo runtergehen kann. Okay, ich hab's. Ich muss sie irgendwie in der Zecke sein oder so. Nein! Die Zecke ist schon weg. Die Zecke ist schon weg. Das ist nämlich endlich geschafft, darauf zu kommen. Das ist jetzt nicht quasi sauer. Das war der meint jetzt. Immer noch. Nein, 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 nein. Scheiße, der wird auch noch runter. Das ist natürlich mal am Pferd drin. Das macht der Affe da oben. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm. Komm, komm. Oh. Falls ich mich abschicken will jetzt, dass ich was habe zum Halten. Nein! Scheiße. Aber wartet mal. Ich muss anders probieren. Genau. Scheiße. 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 Verdammt. Sieh noch gut, aber. Ganz ruhig, Pferdchen. Hä? Hast du ihn erwischt? Ich hab ihn noch erwischt. Ja. Brav, wie du dich hier hinlegst. Braves Kleines. Brav, wie sagst du? Wie soll ich da zu ihm raufkommen in seinen Kopf? Wie soll ich da zu ihm raufkommen in seinen Kopf? Muss ich aber auf meinen Kopf klettern? Ist das nicht euer Ernst, oder? Das wäre ja fies. Der Charakter macht nicht das, was ich will. Oh, da kann ich von oben. Soll ich halt mal festhalten, mein Blödsinn. Zum Glück hab ich keine Kameramann, sonst würde ich mir verzweifeln, die mein Gesicht sehen. Mann, mackert das mal! Warte mal! Ich will ihr doch nur helfen, dass du deine Freundin da... Warte mal! 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 Komm, komm. Ich nehme das jetzt mal hier. Auf dieser Seite wird aber nicht anders sein auf dieser Seite. Aber schon da oben. Ich komme da oben schon hin. Ich habe die falsche Anzeige geschaut. Nee, komme ich doch nicht hin. Komme ich doch nicht. Oh doch, wartet mal. Wie er immer fällt, das gefällt mir. Das ist so lustig. Joa, ganz ruhig. Ich ruck da rein, ja? Ich ruck da rein. Ich ruck da rein. Das schaffe ich nicht. Das ist aber fies, wenn man auf sein Gesicht kreiden muss. Ja, wie soll ich aber auf die Seite kommen? Das geht ja gar nicht. Du musst erst so die Taktik finden, wo du sagst, okay, so geht das dann bei ihm und dann ist er einfach. Aber wenn du zuerst nicht weißt, die Technik ist das echt schwer. Wie ich weiß die gerade echt nicht, die Technik, außer ich mach das so, wird ein bisschen diskank, aber man müsste doch aufgehen. Kann auch so springen. Das ist auch noch was Falsches. Ich glaube, ich muss noch nicht von da hinten so. Das ist doch, sag ich das jetzt. Ich müsste doch gehen, nicht? Das ist ehrlich da oben. Genau. So mach ich das. Ah, oh nein. Und dann... So mach ich das jetzt so aussehen. So. Ich bin grad so angespannt. Wie mein Gesicht dadurch sehen könnt. Da ist so scheiße. Musik... Ich mach es so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schaff ihn. Ich schaff ihn. Ich schaff ihn. Come on, bitte. Ich weiß, dass es so gehen würde. Man muss sich ihn da reinschlagen. Ach, unser Auge leckt mich doch am Arsch. Ah, was ist denn, unser Auge leckt mich doch am Arsch. Ist aber auch, guck mal, komm, fällst du jetzt. Komm, bitte nicht schütteln. Es geht, es geht, es schaffen wir schon, es schaffen wir noch. Nein! Entschuldigung. Es war gerade so, so knapp. Ich hab doch hier noch nicht so viel gefangen. Der ist aber fies, dass du gerade gesehen hast, dass der sich gerade gewechselt hat, der sich nach oben gemacht hat. Wechselt er das immer oder nicht? So, ist er wieder oben. Nein, es wechselt. Ist aber fies, wenn ich das wechselt. Wenn er mich sieht, dann hat das oben. Scheiße, bitte! Du schaffst das! Du schaffst das! Oh nein, 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 nein! Come on, come on, come on! Lass mal los! Da! So, ich comprende. Ich muss mich immer, wenn er jetzt Ruhepause macht, aufladen lassen. Das ist meine Aufgabe. Mal! Ja, ich hätte das jetzt geschafft, wenn er jetzt so Glück getan hätte und jetzt sein Ding gewechselt hat in die Schwachstelle. Okay. So, wie ist er denn? Oh nein, 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 nein. Wie ist er jetzt so nah am Ziel? Und dann passiert genau sowas. Wisst ihr, wie fies das ist? Lass dich doch nicht aufladen, lässt dich gar nichts machen. Sie geht ja nicht mal weg, wenn er es tut. Es entfällt so krass. Er fällt so extrem so zurück. Es geht, es geht. Jetzt kann ich anfangen, ihn mal da drüber einzutreten. Ich muss hier ein bisschen perfekt, aber es ist nicht liegen. Ich lieg so scheiße jetzt, Mann, aber wirklich nicht. Kommt mal her. Komm, du blutest aus dem Kopf, das geht doch gar nicht. Wie er mich aber sehen musste, dass er da oben mal das aktiviert, ne? Wow. Okay. Nein, mach das jetzt. Ich schluss nicht gerade. Okay. Einmal in der Ruhe. Aber ich flange jetzt. Genau. Machen wir so. Warum ist das jetzt letztes? Hm. Ruhig. 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 Jetzt fängt man Hebel an zu spielen, Leute. Sehr gut. Wo ist das jetzt hin? Müssen wir jetzt warten, bis es kommt, oder? Oder was? Das geht jetzt nicht mehr. Es muss aber irgendwann kommen. Ich warte einfach ab. Es muss doch irgendwann wieder kommen. Es ist doch Unfall, wenn ich jetzt runter muss. Ich will einfach mal getrennt. Ich will schlafen, die sind rum. Das war schon ein bisschen schwerer. Ja, also ein bisschen schwerer als den ersten. Ein bisschen. Ich möchte ihn jetzt echt noch schlagen. Jetzt habe ich gerade halbe Dienger. Jetzt erscheint das einfach immer. Na dann. Bist du ein Feigling mir? Das ist nur für einer, hey. Es muss doch wieder kommen, es kam und verschwand wieder. Dann muss ich echt wieder runter, also das riskiere ich wieder. Muss ich wieder riskiere? Na so. Haa. Jetzt hatte ich nur Glück, weil ich Ring hatte. Voll hatte. Ok, weiß nicht. Ich sag's dir nicht. Normalerweise müsste es jetzt gehen. Was ist da oben wieder? Da hat Fieber mit. Was ist los jetzt? Hier. Der rumlässt, ist so krass. Nein! Geht's nicht woanders hin? Das Symbol hier, oder? Was? Ja. 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 Das ist gerade mal ein Problem. Ich möchte den noch besiegen in dieser Folge. Für diesen Part. Genau. Das ist schon. Oh. 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 Oder vielleicht muss ich ihn noch hier schlagen und das funktioniert dann, ich weiß es dann auch nicht. Aber jetzt, ich möchte dich noch spielen. Verstehst du das nicht? Das geht aber nicht, das funktioniert nicht ganz. Sind wir woanders hingegangen oder so? Jetzt ist doch da runter, genau. Braves Monsterchen, ja ganz braves. Ich möchte noch mehr, wenn ich will. Also, wir müssen jetzt einen schwarzen Punkt finden oder was? Verarsch mich doch. Im Auge vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. Oh, ich hätte ihn gerade angeschaut. Mein Pferdchen. Oh mein Gott, Pferdchen, geh weg! So lässt du ihn sein, ne? So lässt du ihn sein, ne? Oh mein Gott. Bei 15 muss ich jetzt echt aufhören. Ich schaff den ja jetzt nicht. Ja, und was aller Scheiß Vitalitätspunkt, oder keine Ahnung, was in englisch heißt, sein. Der nächste. Ich weiß auch nicht, dass ich den ganzen Koloss jetzt absuchen muss. Okay, Leute. Wir müssen den das nächste Mal neu empfangen, weil ich glaube, ich kann jetzt hier nichts speichern. Ich schaue jetzt mal nach. Ja, so, er ist ein bisschen länger geworden. Ich dachte, ich besiege ihn noch. Ich wollte ihn noch besiegen, weil ich dachte, das wäre echt nur ein Kopf gewesen. Ja, das war Part 2 von Shadow of the Colossus. Wir haben wenigstens einen Koloss in dieser Folge besiegt. Tut mir leid, dass in den 50 Minuten einfach sinnlos gekämpft war, aber es war ein bisschen spannend, oder? Ich hoffe das. Ja, vielen Dank und nicht vergessen, alles ist gut, solange bei den anderen seid.